Wir sind das erste Mal hier auf der Messe. Das ist also sehr, sehr positiv. Ich finde, wir sind hier genau richtig. Accessoires, gerade für den Modebereich, für die Fashion-Bereiche, sind immer sehr, sehr gefragt und wir sind live dabei. Also es geht hier um ein Kartenetui. Fassungsvermögen, ein bis zwölf Karten eben. Und was für uns sehr, sehr wichtig war, dass es eben jeder sehr, sehr schnell versteht, sehr, sehr leicht bedienen kann und bei einer Füllhöhe von bis zu zwölf Karten, inklusive Scheinen und Belegen, 25 Millimeter hoch und kaum größer als eine EC-Karte an sich selbst. Danach haben viele auch gesucht. Ich hoffe, dass es genauso angenommen wird, wie es eben dargestellt wurde und freue mich eigentlich schon drauf, wenn die Besucher hier im Nachhinein, nach dem Messeauftritt hier, ja uns auch gerne digital besuchen und auch gerne Kontakt mit uns aufnehmen können, klar.